Seid ihr herzlich willkommen. Das 3 Fragezeichen Orakel Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Ein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro, wegen der Bankgebühren. Diese Aufnahme erscheint am 31. Mai. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond in Purvapatra Mondhaus. Dieser Mondhaus wird vom Pegasus beeinflusst. Pegasus ist dieser geflügelten Pferd von Mythologie. Pegasus symbolisiert die Angstbefreiung. Und das ist die größte Thematik im heutigen Tag. Wenn wir uns befinden in einer bestimmten Situation, was uns in die Enge hält und kommen die Ängste, Angst, das zu verändern, Angst, Entscheidungen zu treffen, Dann ist es wichtig, diese Angstbefreiung und dann überlegen, bleibt alles so wie gehabt oder es wäre schon angebracht, etwas zu verändern, beruflich, wohnlich, familiär oder in der Liebe Partnerschaft. Kann auch sein, er hat noch eine Beziehung und er hat Angst, dass er zu viel Geld verliert oder Angst zum Beispiel von dieser Frau. Und deswegen bleibt das immer die gleiche Thematik. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Ängste überwinden und Entscheidungen treffen. Was wir bei dieser Beziehung auch sehen, die Wege, die Entscheidungen. Mond hat eine schöne Verbindung zum Mars und das kann die Kraft bedeuten. Und Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle, intuitiv handeln. Und die Männer sind jetzt bereich, ihren Gefühlen zeigen oder sie handeln intuitiv nach ihrem Gefühl. Nach indischen Astrologie und das ist eine sehr präzise Berechnung, hat Merkur die Tilgrei zeichnen Stier erreicht. Bis jetzt war ihm wieder, jetzt bewegt sich im Stier. Dann kommen anderen Themen und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, die Finanzen oder mehr Sinnlichkeit in die Liebe Partnerschaft. Gesprächen löst diese Merkur Bewegung aus. Das hat vielleicht einen Einfluss sogar auf die Finanzen, auf den Beruf oder Berufung. In die Liebe mehr Struktur und Stabilität, beruflich etwas klären, was die Finanzen betrifft und im beruflichen Ebenen ist auch sehr wichtig die Stabilität. Bei dieser Energie neigen wir aber dazu etwas festzuhalten. Oder zeigt manchmal eine sture Haltung und dann ist unangenehm, spontan Entscheidungen treffen oder etwas verändern. Weil wir möchten die altgewohnten Themen bewahren, weil wir meinen, das ist die Sicherheit und Stabilität. Und wir haben dieses Bedürfnis auf diesem sicheren Boden uns bewegen. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Seinen Gedanken sehen wir oben. Die Fünge bedeuten auch Kommunikation, so ähnlich wie Merkur. Und Merkur wechselt jetzt, kommt eine andere Energie. Diese Karte, die Vögel, bedeuten auch mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung und das bringt auch Glück. Zeigt diese Glücksklee. Aber die Thematik ist gerade die Stierenergie, die Finanzen, die Sicherheit und Stabilität in die Liebe, aber mehr Sinnlichkeit, Lebensgenuss und eine schöne Umgebung. Und all das bringt Glück. Er hat schöne Pläne, er hat schöne Gedanken. Seinen Gefühlen sehen wir in der linken Seite. Die Wegen bedeuten Entscheidungen. Er muss gerade wichtige Entscheidungen treffen. Er spürt es auch, welche Richtung soll das weitergehen. Das kann berufliche Neuorientierung sein. Nein, das kann auch Umzug sein. Das kann auch bedeuten, er hat sich für dich entschieden und er ist auf dem Weg zu dir. Und Ring zeigt die Verbindung. Im beruflichen Ebenen oder wohnlich kann dieser Ring Verträgen auch bedeuten. Und dieser Vertrag ist schon auf dem Weg zu ihm. Was wird er tun? Das sehen wir in der rechten Seite. Wenn du eine Dame bist, dann stehst du hier im Mittelpunkt. Und er möchte dich sehen. Er ist auf dem Weg zu dir. Er möchte mit dir sprechen. Und all das mit Leidigkeit, mit Humor. Und all das bringt auch Glück. Zeigt oben diese Glücksklee. Und unten dieser Park bedeutet die Öffentlichkeit. Eine Begegnung in Öffentlichkeit. Oder er möchte etwas vermitteln. In Öffentlichkeit bringen. Zeigt auch mehr Offenheit. Kann auch eine Einladung sein, weil er möchte mit dir zusammen in Öffentlichkeit erscheinen. Was euch aktuell verbindet, das sehen wir in der Mitte bei dieser ungarischen Karte. Es sind Buchstaben. Diesmal haben wir Buchstabe L. Was aktuell für dich was bedeuten kann. Was mir einfällt. Lilian. Livia. Lars. Ludwigsburg. Und als Begriff ist mir eingefallen. Lass das. Wenn du zum Beispiel negativen Gedanken hast. Oder versuchst du dich zurückziehen, weil du ihn nicht vertrauen kannst. Dann kann dieser Begriff dir sagen, lass das lieber. Die alte Schreibweise sehen wir in der Mitte. Das ist die sogenannte Rovashirash. Das ist so ähnlich wie bei Germanen die Runen. Und wenn ich das Bild anschaue, das ist wie ein Zelt. Aber der Eingang ist nicht offen. Da ist ein Gitter vor diesem Eingang und schützt diese Zelt. Schütze dein Zuhause. Schließe das ab. Aber öffne dann, wenn jemand kommt und du hast ein gutes Gefühl dabei. Die Tagesenergie sehen wir unten. Diese Dame hat ein Baby in der Hand. Das kann natürlich die Kinder bedeuten. Aber zeigt auch Weiblichkeit, weibliche Energie und zeigt auch die Mütterlichkeit und Fürsorglichkeit. Außerdem, diese Karte kann ein Hinweis sein, dass jetzt wird etwas Neues geboren. Ein beruflicher Neuanfang oder eine neue Richtung in die Liebe Partnerschaft, weil seine Einstellung zu dir hat sich verändert. Hier wird etwas Neues geboren. Und das war diese Aufnahme. Wenn dir diese Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du diese Aufnahme likest oder meinen Kanal abonnierst. Kannst du deine Meinung im Kommentar schreiben oder schreibe, was für dich persönlich diese Buchstabe L bedeutet. Außerdem, ich freue mich sehr, wenn du mich besuchst in der Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera eure Dendera